So, willkommen zu diesem kleinen Unboxing von dem Black One Reverse Stem mit einer 35mm Längerklemmung und einer 35mm Reach oder Länge. Genau, der liegt preislich auf 85€. Hier sieht man die Verpackung ganz gut. Da ist das gute Stück auch schon. So, man sieht, er glänzt auf jeden Fall sehr schön. Ich habe ihn im Blau, passend zu meinem Fahrrad. Sechs Newtonmeter, hier die Schrauben, genau. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Mit drin in der Box ist noch ein Sticker und dann wahrscheinlich die Anleitung. Einmal ein Sticker, Bedienungsanleitung, ein kleines Poster. Und hier eine Karte einfach dazu. Gut, dann würde ich sagen, baue ich das gute Stück auch direkt mal ein. Dann teste ich das mal. Hier sieht man jetzt den Vorbau ganz gut. Also ich muss sagen, er sieht echt ganz schön aus, muss ich sagen. Was mir leider nicht so gefällt ist, dass man hier drin das Rohr von der Gabel so sehen kann. Weil meins ist da leider noch von der 2014 alleine ist da leider noch silbern. Das sieht nicht ganz so schön aus. Es wäre schön, wenn er schwarz ist. Na ja. Aber ich würde sagen, das sieht schön aus. Gut, dann werde ich das mal auf dem Trail testen. Danke fürs Anschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Hat euch auch was gebracht natürlich. Also vom Aussehen her und von der Verarbeitung ein echt tolles Produkt. Freut mich noch weiter empfehlen. Das kann ich noch weiter empfehlen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.